Hallo. Hallo. Also, Leute, wir machen zurück. Wir machen zurück? Gott, wir machen weiter mit, äh, Apes Odyssey. Wir sind gerade beim Ausbruch immer noch und ich muss hier mal leiser machen. Sekunde, so. Ähm, ja, und ich muss mal... Oh Gott. Oh Gott. Ah, nein, renn doch, ey! Ich hab gerade scheiße gemacht, oder? Ich hab scheiße gemacht. Hau ab. Okay, ähm, gut. Super, das fängt schon mal scheiße an. Aber egal, wir haben den Modaken gerettet. Ähm, ja. Okay, äh, wo waren wir denn jetzt? Ah! Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas erzählen. Scheiße, jetzt hab ich's vergessen. Ähm. Ach, genau, ähm, was ich mal sagen muss. Der Lade... Autsch. Der Ladescreen ist ja echt behämmert bei dem Spiel, oder? Wird geladen. Also fang endlich an. Das hab ich mich schon früher mal gewundert. What the fuck? Es wird geladen. Also soll ich endlich anfangen, weil geladen wird. Mach ich. Und jetzt... Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, darf ich vorstellen, das... Ist... Ja, das wird hart. Folge mir. Okay. Lauf. Ach da. Ach so, ich muss ihn erst mal zu mir hinlocken. Das ist ja toll. Okay, ähm... Oh mein Gott, wird das scheiße. Das wird so schlimm. Gut, ich darf immerhin da hinten anfangen. Wau, 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 wau. Run, Abe, run. Don't lag my game. Zack. So. Lassen wir uns mal was runter. Na? Scheinbar keine Reaction. Gut, dann... Erst einmal holen gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Machen wir den größten Spaß der Welt. Äh... Spielen wir. Fangen mit einem Strap. Ey, du Arsch. Was soll das denn? Ignorier mich nicht. Wow. Oh mein Gott, jetzt kommt der Volltrottel nicht mit da oben. So ein Horst. Okay. Dann können wir uns das jetzt nochmal angucken, was wir gleich machen müssen. Toll, oder? Toll, oder? Toll, oder? Okay. Yay. Und das... Also viermal quasi. Hin, zurück, hin, zurück. Ohne uns von... Unseren liebsten kleinen Scrabbonischen... Freund hier erwischen zu lassen. So, ich werde es wie immer ein paar Mal versuchen. Wenn es da nicht klappt, dann sage ich... Fuck drauf. Ist mir dann ziemlich... Scheißegal. Ähm... So, da oben. Du kommst jetzt mit. Sofort. Ähm... Scrap. Danke. So, okay. Nein! Oh mein Gott, komm mit. Bleib bloß nicht stehen da oben. Hohohoho. Okay, okay. Okay, er kommt verdammt nah. So, weg mit dir schon mal. So, ähm... Muss ich wieder entkommen. Oh Gott, das war scheiße. Ach ja, Leute. Ich habe Spaß an diesem Spiel. Nein, ich habe wirklich Spaß an diesem Spiel. Auch wenn ich jetzt gerade hier wahrscheinlich wieder etliche Versuche brauchen werde. Vor allem, dass ich heute nur ein Video aufnehmen werde. Wahrscheinlich die nächsten Tage erstmal. Ähm... Werde ich wahrscheinlich jetzt wieder gar nichts erreichen. Naja, aber... Sorry, aber... Warum mache ich das? Das war schon wieder scheiße. Ich hätte sofort rennen müssen. Toll, das war noch viel beknackter. Na gut. So wird es natürlich auch. Das ist jetzt für die sichere Variante, oder was? Nö, gut. Kein Problem. Habe ich nicht mehr Problem mit. Okay, jetzt warte da oben. Und zwar wirklich. Ey, du da. Wow, okay. So. Ahaha. Oh Gott. Okay, renn, 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 renn. Lauf, Schlampe, lauf! Also, äh, sorry. Lauf, Abe, lauf! Okay, ähm... Jetzt muss ich den Scrap nur noch wieder zu mir loggen. Och mein Gott. Arsch, komm doch direkt mit. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Ja. So, und los, ey. Äh, du da oben, meine ich. Aha. Danke. Verdammt, ich hab was vergessen. Fällt mir jetzt gerade auf. Oh Gott, nein. Oh Gott. Wir dürfen wahrscheinlich nochmal hin und her rennen, weil ich ja selber auch noch zurück muss. Oh nein! Wie asozial ist das denn jetzt bitte? Egal, okay. So. Rennen wir vor dir weg. Mein kleiner Freund. Oh mein Gott. Deine Sprünge machen dich riesengroß. So. Machen wir jetzt wie folgt. Hau einfach ab. Geh einfach. Geh. Geh. Es ist mir egal, wohin du gehst. Geh einfach. Geh weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Herz. Leute. Scheiße. What the fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte speichern doch, Abe. Irgendeinen Zwischenspeicher. Bitte. Bitte. Nix für mich. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ähm. Königreichfeind SafeStat. Schleiche. Durch. Die. Schatten. Okay, machen wir. Kein Ding, Alter. Sliggy Biggy. Hi. Wie geht's? Lang nicht von dir gehört. Und vom Sliggy Biggy Chaos. Warum hat's grad geflackert in meinem Hintergrundbild? Bam, 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 bam. Das ist uns aber sowas von egal, egal. Because we like it. Weil ich es kann. Mein Gott, lag. Okay, wir gehen hier runter. Können wir hier stehen bleiben? Doch, sieht so aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ihr wisst grad nicht, wie ich grad zusammengezuckt bin. Hab ich mich erschrocken. Ich dachte, er schießt nicht. Auf einmal kommt er ganz gemütlich. Bam. Okay. Oh mein Gott. Ich werd die ganze... Was werd ich? Ich krieg heute Herzinfarkte bei dem Spiel. Erst bei dem Scraprad eben, jetzt beim... Hallo, dreh dich unverpiss dich. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte mach so etwas. Nie wieder. Spiel. Aber irgendwie auch sehr lustig. Nein. Och meine Fresse. Warum? Aua. Kabel. I am so junk. Ja. Was? I am so what? Egal. Leute, tut mir leid, dass wir heute wieder so wenig schaffen. Aber so ist dieses Spiel. Es ist nicht einfach. Und es ist definitiv sogar noch schwerer, als Apes Exodus es war. Ich weiß, wovon ich rede. Beides schon gespielt. Mehrfach. Und Apes Exodus davon definitiv häufiger durch. Was allerdings auch anliegt, dass ich Apes Exodus auch lieber mag. So, jetzt aber. Ducken. Ich weiß Bescheid. Danke. Und runter. Yeah, ja. Wir sind gleich an den Slots vorbei. Kommt dann wieder. Hallo. Ähm, hier ist nichts. Außer unser Tod. Okay, das ist toll. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Oh Gott, ey. Ich krieg zu viel. Wieso mach ich denn sowas? Wieso mach ich denn sowas? Ich weiß selber, wie sehr ich ewige Wiederholungen hasse. Und jetzt tu ich euch genau das an, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich bin heute so ungeschickt. Aber ich hab diese Scrap-Stelle geschafft. Endlich mal. Das macht mich wenigstens ein bisschen fröhlich, wisst ihr? Schleichen. Du musst schleichen, Ape. Schleichen. You gotta be sneaky, Ape. Sneaky. Hihihi. Okay. Run away. Und bleib hier. Und töte mich bitte nicht. Wie eben. Okay. Oh. Yeah. Yeah. So, ähm. Da geht's rein. Und wir haben grad gespeichert. Aua. Okay. Geheimgang. Und es geht wieder darum, auf unmöglichste Art und Weise, was zum Mudakens zu retten, wollte ich sagen. What the fuck. Okay. Was müssen wir tun? Ja. Hallo. Warum bist du da? Geh weg. Hallo. Mein Gott. Der glotzt mich an. I don't know. I tried. Okay. Das war nichts. Yes. Wir haben nichts geschafft. Aber ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Ähm. Leute. Aber ich würde sagen. Das erst beim nächsten Mal. Wir machen hier Pause. Okay. Das war Apes Odyssey für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.